Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Runde 70's to Die, mit dem allers beliebten Helm und dem lieben Hobbit. Ja, ja, nee, hallo. Ja, ja, nee, ja, ja. Nicht mal eine Startrampe kaputt machen. Wo ist mein Flieger eigentlich da? Wieso parkt ihr denn eigentlich da an der Tür? Wo muss ich denn hier aus jetzt noch reparieren? Ich stelle dir mal in Startposition. Ah, vielleicht soll man das untere Teil auch aus Beton machen? Ach, verdammtes Service, habe ich mir gedacht. Weg, der Scheiß. Was für ein Scheiß. Da, da. Wohren Sie da? Da. Im Dach. Der hat Geräusche von dir. Der braucht Benzin, ne, von dem nächsten Abflug. Okay. So. Habe ich hier schon mal wieder in Startposition gebracht? Okay. Kann ich denn nicht hier an die Leiter springen? Ey, sieht ein bisschen weit aus. Hm. Das ist auch doof. Können wir nicht hier einfach da auch eine Tür reinmachen? Oder Balkon? Ne, da draußen darf man nicht. Egal. Was passiert da oben? Ich muss hier was wegmachen. Was denn? Hier war noch ein Stein, ne? Das musste weg. Irgendwie glaube ich dir nicht. Oh. Im Leben nicht. Aber auf jeden Fall. Lange aber nicht nach Stein. Ja, das war, äh, ein Holz, was noch da rum lag. So. So. Siehst du? Oh. Brauche ich nicht immer außen rum. Ja. Äh. Das war nicht so schön. Was soll das? Was ist das denn hier? Wollte ich noch ändern. Wollte ich noch mal anständig machen? Zack. 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 Da könnten wir auch mal anständig. Aber. Das beim nächsten. Da könnte ich noch nicht. Da könnte Karawane. Ja. Ah. Wieder ein bisschen Handarbeit jetzt hier. Zack. Ah. Woher wollt ihr denn? Da kommt sie. Ich auch, ich auch, ich auch. Polonaise. Hey, hey. Ja. Immer an der Wand lang. Das ist die Funke-Marieche, oder? Oh. Tanz-Marieche-Tanz. Das ist aber eine ziemlich pummelige Funke-Marie. Ja, die möchte aber nicht hochwuchten. War noch aus der Gabelstapler. Dann ist mein Rücken aber ganz kaputt. Und da ist der Prinz. Hey. Juhu. Klopp, klopp. Autsch. Das war rucki-zucki, habe er denn die Birne verremselt. Ja, ich freu dich. Ich glaub ja auch so ein bisschen, dass er überall dann sich vorstellt, dass ich das wär. Aber so gemeint ist er nicht. Nein. Genau. Bin ich. Immer. Immer. Oh, ich hab's auch alles weggewemst. Weggewemst? Komm mal hier. Wieder hübsch machen. Zack. 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 Ähm. Na lala. Was denn? Was schweißt du denn? Ich hab da so Kacke da. Äh. Wo ist denn mein Bohrer? Da. Mein Bohrer. Uiuiui, ein Verzinger-Denken. Arbeitsgerät über in der Hand. Juhu. Ist da dran? Äh, Hintel, Kacke. In den einen komme ich nicht. Dann machen wir gleich hier auch vernünftig. So, jetzt müsste ich da dran kommen. Du schießt er nicht. Komm. Oh, nee, da geht's nicht. So, 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 so. Weg nach hinweg. Ja. La 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 la. Da ist es richtig toll hier aus dem Boden zu stanzen. Irgendwie macht das richtig Spaß. Haha. Da kommt, äh, Schrei-Tante. Ich kann jetzt nicht. Attacke. Da kommt die Emma. Oh. Hülla, hülla. Wo bist du denn? Wo bist du, Hülla? Wo bist du, Hülla? Nur du. Nur du. Ja, demnächst kommt eine neue Platte von Helm Rausch. Ja. Ah, nee, Platte gibt's halt überhaupt noch, nee, ne? Äh, doch. Ja, komm wieder, hab ich gehört, ne? Ja, da gibt's natürlich. In ganz großem Kommen, Mädels. So. Ja, er kommt von mir raus. Genau. Schönsten Lieder im besoffenen Kopf. Teil 21. Mit vielen schönen Evergreens. Oh, wei, Hilfe. Der Evergreen. Genau. Meinen Freundin, den Wildecker Herzbuben. Hahaha. Jo. Die zwei Klöpse. Ist ja egal, die haben mir Geld gemacht, was? Ja, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich nur daran denke, an die Typen. Die haben mir Kohle gemacht, du. Oh, hör auf. Da ist schon der Bahnhof. Das alte wird's auf. Hör auf, hör auf, hör auf. Die Damm dürfen nicht zusammen mit einem Fahrstuhl fahren, weißt du ja, ne? Und nebeneinander kommen die gar nicht durch die Tür. Du meinst jetzt immer noch die zwei Herzen, da, ne? Natürlich. Achso, okay. Das ist ja alles im grünen Bereich. Ah. Was haben wir denn nachgesunken früher? Ehrlich? Ich nie. Ja, 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 ja. Nee, so ein Scheiß. Was hat der jetzt? Oh mein Gott. Der war immer der Erste, der dann angestimmt hat. Natürlich. Geht's denn? Ach hier. Natürlich, für jeden Fall. Da steh ich drauf. Boah, irgendwie ist kein Beton da. Was ist denn los? Wie seht denn hinten? Es ist tatsächlich kein Beton da. Geht's doch nicht. So läuft hier kein Beton. Geht's auch nicht. Hast du den gerade alle eingesackt? Nein. Das kann ja sonst gar nicht sein. Und noch nicht mal neuen Hersteller. Allerbeste. 20 Stück stellt er her. Lässt nicht der im Regen stehen. Und lachen tut er auch noch. Ja. 160. Oh. Gar nix. Gar nix. Na toll. Ein Scheiß. Ja. Nix stellt er her. Und alles raus. Der blöde Arsch der. Richtig. Was? Stellt nix her. Was soll denn das? So. Da. Kleine. Kleine. Was sieht denn aus mit Eisen? Das ist jod. Was werden wir noch brauchen? Ich hole da schon mal raus. Da brauchen wir auch Moon. Brauchen wir jede Menge. Nicht Num. Und dann Moon. Aber noch wie können wir herstellen. 3000. Ah, Mama 2000. Fast rein. Bam. Aber auch schon diese andere herstellen. Mit dem anderen. Poolraum. Ja, da bin ich. Die meine ich nicht. Ich bin ja gerade die eisende Munition. Am herstellen. Für die. Für die Kisten. Weißt du? Okay. Ja, ich weiß. Wir haben einen Backup quasi. Ja. Benötigen wir ja ebenso. Da kann ich wieder Eisen nachfüllen. So. Ah, es geht voran. Also muss ich wirklich sagen, wir kriegen hier schon was gebacken. So ist das ja nicht. Deine Befürchtung, dass wir hier gar nichts auf der Kette kriegen mit Hobbit. Was habe ich denn? So wieder. Das habe ich nie gesagt. Nö, das habe ich auch nie gesagt. Ich habe jetzt etwas anderes gesagt. Nö. Habe ich Ihnen zugestimmt. Ja, aber komisch. Bitte. Oh, komisch. Ja. Ja. Wiederhören Sie wieder mit so einem Meister. Nein, ich bitte. Mit so einem Unterton. Solländers, warum ist das so wie Öl? Egal. Jetzt halt so. So. 1.000. 2.000. 4.008. Daher haben wir. 2.000. 3.000.- 2.000 Euro. Weil ich es nicht mehr. Wo? 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 Der 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 2.000. 5.000. 1.000. 1.000. gemacht so muss das so muss nachfüllen ja genau sagt sagt ein einbeton moment mal war das nicht wenn da ein ding drin ist und schmilzt doppelt so schnell ein wenn ein ding drin ist einstecken fertig ist geschwindigkeit der schmiede ja klar anhalten hast du keine reingetan der idiot das richtig und anhalten abbrechen da seine drin komisch alles hier keiner drin rezepte wozu waren wozu war die in der blasebalken hier schmilzt die schwindigkeit erhöht ja da würde ich auch ein warum denn nicht da drüben an der lampe schon die nächste die mich jetzt auch wenn ich bin schon sage ich winke und gut zwei katastrophe sage ich nur so da muss doch gar nicht laufen ist nur ab und zu laufen und läuft die ganz unglaublich die verkabelung kann ich da mal neu organisieren tun guck mal wie herrlich ja das gefällt mir doch viel besser da habe ich die ganze zeit hier rum geox da gibt ja wieder ein bisschen beton da immerhin ein bisschen was unten erst unten da bin ich mal ein aufgang ja das aus gehen wie ein egipter ah herrlich fantastisch dieser cosmos können sie sich sparen können sie sich dahin stellen wo keine sonne scheint keine sonne scheint hier wird trotzdem noch problem in der theorie dürfte hier nichts mehr passiert gar nichts mehr praxis ja das stimmt aber das werden wir bald und noch eine etage tiefer brauchen wir nicht nur die untere etage lassen wir frei lassen wir nur schussautomat und fährt da können wir bald auch genau wie heißen die selbstständigen schussautomaten können ich da einbauen ja für maschinenpistole kann ich schon bauen das ist doch hier super maschinen und schrot kann man aufbauen wenn wir genau das wollte ich nämlich da komme ich jetzt nicht halt ich habe darüber ging wasser das holz weil ich das nicht aus beton machen kann und dann werde ich dann alles so weit auf das ist gleich bei beton ist habe solche hier ecken ich brauche dafür ach so ja genau so klopft wer die tür die tor nicht mehr so und zwar hier war sie ja hier in der luft auch hier oben drüber wo der kasten mache ich dann auf der höhe noch zu automaten die hier schon längst ballern hier hochgehen quasi ja machen einfach hier quasi von der wand hier wird das ich einfach mal erst halber so hier rüber da brauchen wir nach zwei automaten hin und hier oben drauf wenn wir dann später noch jede menge schutzapparate stellen die einfach schon mal hier und schon mal ohne strom einfach verbrezelt dann brauchen wir für oben auf dem dach noch jede menge warten damit wir die verdammten geier nicht dauernd selbst übernehmen müssen und dort nicht echt wäre müssen die wand hatte auch halbwegs schon mal passiert hast ich will ihn ja gar nicht loben aber ab und zu und das ist lieber macht er uns gewöhnen ja nicht schlecht wenn sich daran näher das wollen wir ja nun gar nicht mehr auf gar nicht nur aus holz um zu sehen ob es nicht vielleicht doch im weg steht hier wenn du dazu weg kloppen wenn sie wollen eine etage runter ja kommen wir runter mich schon von oben lassen wir extra einen frei hier ja das lasse ich hier fertig und soll das denn habe ich irgendetwas verkehrt gemacht kein beton mehr das reicht noch nicht aber ich könnte schon mal die verkabelung hier übernehmen ja das kann ich machen kann hier schon mal wie viel muss denn hier eine reihe bauen äh wo bin ich denn ach so bis dahin und hier ist keiner mehr oder was warum nicht soll das überhaupt so weil das hier ein tiefer geht oh da kommen wir nicht mehr dran das wird schlecht da müssen wir leider einmal wohnen glaube ich jo das wird sonst das schaffen wir das wird kacke aber dann darf das nicht mehr kaputt gehen auf der anderen seite müssen wir das ding auch noch erweitern ne da haben wir nämlich noch gar keine deckung von der seite dann bist du ja genau da müssen wir auch noch zwei säulen ziehen mindestens zwei und den weg verbreitern so hab ich das nicht hab ich das nicht was haben wir das was haben wir das was haben wir auch mein gott erstreckt mich doch nicht so so hässlich bin ich auch nicht guck mal die die außenecken kann ich nicht aufwerten ist ja witzig ich aus nähe die 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 müssen wir abreißen tun wie die außenecken die runden ja die kann ich nicht aufwerten mit beton alles andere wohl na ist nicht schlimm aber hier würde ich gerne ab machen das stört mich noch kacke aus da wie die dinger hier das was gerade ist hier ne so eine andere schräge oder wie veräppeln oder was wie ich ja warum du baust hier eine tür ins nirgendwo da man über eine bekackte werkbank klettern muss damit man hier rein und rauskommt und dann stört dich da so ein das mieter da muss gerade sein das soll wohl ein scherz sein weißt warum baust was die war doch schon immer da oder nicht ja entschuldige bitte oh weißt du was wir haben wir haben tag 46 da machen wir mit dem flugzeug ach so ja das passt auch gut weil ich kann eh kein beton im moment herstellen das schmeiß ich mal den ganzen scheiß raus so 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 ja raus 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 brauche ich alles nicht hier müssen wir doch eh die gesetzten noch so ne er kommt mit den müssen reparieren das kommt hin wo habe ich dabei so das an sich alles gut hier habe ich die ganze zeit dabei ist für den arsch so wie bitte was müssen wir guck mal ich hab da schon wieder hier müssen wir doch stahlgerüst noch setzen oder nicht wo wo auf der unteren etage ne oder ah uh lass mich bitte erst nein nein lass das bitte ne ich wollte die nur erst hinsetzen also nicht aufwerten ich muss hier nachher bauen und desto mehr mir in der weg steht zum verkabeln muss ich nachher wieder alles abbauen nicht so willst du mal zu den händler fliegen will ich nicht wie man ich muss meist und so machen wie du ziehen er will nicht aber fliegen sie ich soll wieder durch ihn ich sei ihnen gegönnt ja nach den stressigen tagen in der letzten zeit wo ist denn der ganze benzin ach hier da nehme ich mal mit hier sicherheitshalte so und kohle also geld moos ohne moos nix los und ätzen muss ich zuerst ich esse die billigen kotelett der wieso da ist noch dins drin super meister aber ich will müsste schon wieder jetzt eine tablette nehmen das will ich nicht aber bei dem supermeich brauchst du doch keine tablette oder warum nicht kannst du so essen nein nein das ist immer so du musst gucken nach der lebensmittelvergiftung du hast lebensmittelvergiftung du hast lebensmittelvergiftung was gibt alles leider lebensmittel Giftung also trinke ich jetzt einen Glückstee hier einen goldroten Tee und hoffe dass mir die Kotelett schmecken er verhindert das ganze ein wenig nicht so ganz so wie viel ist denn da Essen kein kurzer Anfall immer noch kein kurzer Anfall immer noch kein kurzer Anfall wie glücklicher immer noch nicht kurz Anbau 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 ich hab mich überlegt ob ich nicht noch eine in 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 den Händler skillen soll dass ich besseres zeug bekomme Ja was sagen sie wird wäre auch eigentlich gute idee wie hieß das noch mal ach das haben wir jetzt ja auch nicht auf deutsch gemacht ja da toll wo ist der präzision spiel sprengmeister löser knacken der spiel fährten leser etwas ist denn der der durchbohrer ach das ist für durchrüstung zu ballern der durchbohrer also ein altstoff sammler war ja wo ist das welchen bei intelligenz der wissenschaft henker roh bei intelligenz habe ich nk beschützt um liebe besser verhandelt was bringt hat wird sie dir sich bei händler irgendwie bessere geschäfte herauszuschlagen ist das richtig ist ein spitze und zahl die preise interessiert mich nicht doch das müsste das sein oder du meinst auch wegen besseren nun ja das ist das wird mich drei mark mehr ausrückt interessiert uns doch gar nicht das war das nicht doch ist das ehrlich wenn ich auf drei gehe bei dem verkaufsleiter steht in dem geheimvorräten der händler ist bessere beute okay dann 12 mehr habe ich nicht zwei punkte wieso krieg eigentlich keine punkte mehr dabei was soll dann drei punkte finde ich lausig wenig so bisschen was gegessen habe ich dann bewege ich mich wie ein adler in die lüfte ja es tanken und reparieren und ritt rein jede menge kann nicht mit dem ding liegen bleiben das wäre scheiße und ohne kohle brauche ich nicht los ohne kohle ach ich könnte auch noch erstmal ein bisschen überzeugt zusammen pappen 6er militärhandschuhe die brauchen wir nicht ich hab die wolke sage ich hab die nicht an auch nicht aber immer nur lederhandschuhe und sowas ja da muss ich mal ein bisschen zeug reparieren zusammen zusammen pappen und wieder irgendwelche dinge da rein stecken messer da kommt wieder was wir müssen auch mal wieder hier ein paar mods raffen gehen und so wir haben die platte versuche ich mal einzubauen dämpfer gedämpfte mütze das geht in die mütze müsste der reingehen wo ist sie denn wo ist sie denn wo ist sie denn wo ist sie hinten im nordosten und im haus rum glaube ich so reparieren zu legen ändern mütze rein abschließen reparieren ja die brüllt hast du gefunden ja besten dank tschuldigung ja wir sind doch wieder am ende natürlich dreist für sind wiederum doch doch helm licht brauchen beruhigte einbauen so ja dann sage ich in diesem sinne bis zum nächsten mal habe die ehre macht's gut